Information ist der Rohstoff der Zukunft. Telegate ist einer der führenden Content Provider in der Telekommunikation in Europa. Telegate ist der erste und einzige Informationsdiensteanbieter im Telefonnetz. Telegate bietet schon heute über das Telefon jegliche Art von Informationen an. Telegate baut das erste Telefonportal der Welt. Sie finden die nächste Apotheke nur zwei Kilometer entfernt. Sie hat in einer Stunde geöffnet. Im Auskunftsdienste-Sektor haben wir heute 300.000 Kundenkontakte am Tag mit stark steigender Tendenz. Wir vermitteln Sie direkt an über 4.500 Service-Hotlines oder sofort an Ihren gewünschten Gesprächspartner. In nur 0,5 Sekunden haben wir für Sie Zugriff auf über 200 Millionen Ruf- und Servicenummern. Ist das eine Auskunft wert? Die Telekommunikationsmärkte in Europa und in den USA wurden liberalisiert. Telegate hat sich in diesem Umfeld hervorragend positioniert und in einem Nischenmarkt wesentliche Marktanteile errungen. Der Markenaufbau ist ein wichtiger Faktor für unsere Zukunft. In nur 18 Monaten haben wir eine Markenbekanntheit von über 60 Prozent erreicht. Unterstützt wurde dies durch unsere erfolgreiche Werbekampagne. Wie Verona sich die Nummer der Auskunft merkt? Ganz einfach. Sie fährt elf Tage in den Urlaub und verschießt genau 88 Filme. Und? Wieso ist denn da null drauf? 11,88,0. Die Auskunft für Deutschland. Telegate. 11,88,0. Da werden Sie geholfen. Wie Verona sich die Nummer der Auskunft merkt? Ganz einfach. Gar nicht. Können Sie ja auch gar nicht. Ich habe mein eigenes System. Wo ist denn diese blöde Nummer? 11,88,0. Die Auskunft für Deutschland. Telegate. 11,88,0. Da werden Sie geholfen. Wozu braucht Ihr Telefon mehr als eine Taste? Sie wollen telefonieren und nicht Rufnummern wählen. Telegate hat die Intelligenz aus dem Endgerät in das Netz verlagert und ermöglicht Ihnen die Nutzung von Mobiltelefonen mit nur einer Wahltaste. Ein Dop-Go s��릴게요. bei einem Nord-Ges dries 2017. Phase Hotels choose. 가 godt Qual cosmetics no anderen Hallo. Mit Öffnummern. Auskunft für Deutschland. Auskunft für Deutschland. Wir können uns vorstellen, schon in wenigen Monaten mit einem Eintastentelefon alle Arten von Informations- und Auskunftsdiensten zu erschließen. Wir sind der Meinung, dass Telegate dieses Konzept auch international umsetzen kann und werden deshalb noch in diesem Jahr auch die Märkte in den USA, in Italien und in Spanien angehen. Telegate hat die Idee des Internets verstanden und hat als erstes Unternehmen weltweit ein Telefonportal etabliert. Telegate kann völlig neue Kundengruppen erschließen, simpel über das Telefon. Die Telefonpenetration in allen Märkten, wie wir sie kennen, liegt bei nahe 100 Prozent oder darüber. Der Mobilfunkboom ist für uns ein weiterer Wachstumsmarkt. Telegate wird sich zu Europas führenden Informationsdienstleister entwickeln. Heute ist Vergangenheit. Die Zukunft kommt an den neuen Markt. Die Zukunft kommt an den neuen Markt.